so ein neuer raketentest steht an von pyroland die bombenraketen ignis machen wir kurz die packung auf da können die leute auch sehen was hier schönes drin ist und was kugelraketen sind genau schön kugelförmig damit das bouquet auch schön am himmel möglichst kreisrund zerlegt so jetzt die gelbe und die lila also standzeit haben sie ja nicht schlecht jetzt eine violette und eine orange ein neuer raketentest steht an und zwar wieder von pyroland die fascinate bombenraketen auch hier schauen wir gerne mal in die verpackung rein wie die teile aussehen und wunderschön ja seht die kugelform zwei blaue eine gold crown also wirklich sehr sehr schön grüne und orange schneiden weil ich mach mir mal gerade was ja machen wir mal und jetzt noch die zwei letzten einmal gelb oder immer blau ein neuer raketentest steht an wieder von der firma pyroland und zwar heute die popolum bombenraketen auch hier schauen wir natürlich wieder in die verpackung rein wie sie aussehen und da haben wir schon die frachtstücke richtig schöne kugelkopf raketen also design schon mal fünf punkte jetzt die lilane und jetzt die grüne das ist purple ring green strobe und jetzt die gelbe und dann die orange jetzt die schnappeln kommt wusste ich was Untertitelung. BR 2018